Hallo Leute, Apple hat einen komplett neuen Mac Mini vorgestellt und in diesem Video zeige ich euch alles, was ihr darüber wissen müsst. Hier haben wir es also wirklich nicht nur mit einem reinen Performance-Upgrade zu tun, denn mit M4 und M4 Pro stecken hier auf jeden Fall auch neue Chips drin. Dieses Mal gibt es auch sichtbare Veränderungen und ein Unterschied ist nun wirklich nicht zu übersehen, denn im Vergleich zum Vorgängermodell ist der neue Mac Mini deutlich kleiner und kompakter geworden. Die exakten Maße bekommt ihr mal hier im Vergleich eingeblendet. Zwar ist der neue Mac Mini von rund 3,6 auf 5 cm ein bisschen höher geworden, aber bei Breite und Tiefe hat er von 19,7 auf 12,7, wie gesagt, deutlich abgenommen. Und deutlich leichter geworden ist er, wie wir sehen können, ebenfalls. Laut Apple ist das jetzt übrigens auch der erste CO2-neutrale Mac. Sehen wir uns jetzt aber mal die Anschlüsse an. Neu ist, dass der Mac Mini im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt auch an der Vorderseite Anschlüsse besitzt, nämlich zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und der Kopfhöreranschluss wurde von hinten nach vorne versetzt. Auf der Rückseite sind im Vergleich zum Vorgänger zwei USB-A-Anschlüsse weggefallen, dafür ist ein USB-C-Anschluss hinzugekommen, was also insgesamt drei macht. Mit bis zu 40 Gigabit pro Sekunde beim M4 und beim M4 Pro mit Thunderbolt 5 sogar bis zu 120 Gigabit pro Sekunde. Ansonsten gibt es hier wie gewohnt einen Ethernet- und HDMI-Anschluss. Was jedoch tatsächlich von der Rückseite auf die Unterseite versetzt wurde, ist der Power-Button. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann in der Praxis funktioniert. Die Display-Unterstützung wurde, wie wir hier sehen können, von bis zu 2 beim M2 oder bis zu 3 beim M2 Pro auf allgemein bis zu 3 Displays verbessert. Welche Displays da jetzt aber genau bzw. wie viele gleichzeitig genutzt werden können, hängt allerdings von Auflösung und Bildwiederholfrequenz ab. Und wie genau das dann eben hier aussieht beim Modell mit M4 sowie M4 Pro, seht ihr jetzt mal hier aufgelistet. Kommen wir jetzt aber mal zur Performance mit den Chips M4 und M4 Pro. Beim neuen Mac Mini hat Apple passend zum kompakteren Design auf jeden Fall auch das Kühlsystem überarbeitet. Da bin ich natürlich gespannt, wie sich das dann in der Praxis verhält. Beim Mac Mini dürfen wir jedenfalls auch nicht vergessen, dass Apple hier die M3-Serie ausgelassen hat. Es hier also einen direkten Umstieg von der M2 auf die M4-Serie gibt. Speziell für den Mac Mini heißt das jetzt also im Vergleich zum Vorgänger zwei zusätzliche CPU-Kerne, ein zusätzlicher GPU-Kern, sowieso auch eine allgemein gesteigerte Performance, aber auch bis zu doppelt so viel Arbeitsspeicher im Vergleich zum Vorgängermodell. Beim normalen Chip sind jetzt also bis zu 32 statt bis zu 24 GB möglich, beim Pro-Chip bis zu 64 statt bis zu 32. Aber wie gesagt, wir sehen das jetzt mal im direkten Vergleich zum Vorgängermodell mit M2 und M2 Pro. Unterschiede gibt es aber auf jeden Fall auch zum M3 und M3 Pro. Doch wie das dann genau aussieht, das werde ich euch dann auf jeden Fall genauer zeigen, sobald der neue Mac da ist. Ganz allgemein auch nicht zu vergessen natürlich die am Mac Mini erstmalige Unterstützung von hardwarebeschleunigten Raytracing, sowie die gesteigerte Neural Engine bzw. AI Performance. Hier seht ihr jetzt jedenfalls mal einen schönen Überblick zwischen den verfügbaren Standardmodellen des Mac Mini, wie genau sie ausgestattet sind und wie viel sie kosten. Sehen wir uns das aber genauer an. Der neue Mac Mini startet vor allem jetzt mit mindestens 16 statt 8 GB Arbeitsspeicher, startet aber immer noch bei einer 256 GB SSD. Bereits im günstigsten Modell ist der M4 mit der 10-Kern-CPU und GPU verbaut. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Einstiegspreis mit 699 Euro gleich geblieben. Obwohl wir eben statt 8 jetzt 16 GB Arbeitsspeicher haben, ein Upgrade, das beim Vorgängermodell noch ganze 230 Euro gekostet hatte. Mit dem M4 Pro jedoch startet der neue Mac Mini jetzt bei 1649 Euro. Das Vorgängermodell startete hier noch bei 1549. Also 100 Euro mehr, allerdings wurde der Arbeitsspeicher bei der Mindestausstattung von 16 auf 24 GB erhöht. Der neue Mac Mini lässt sich ab sofort vorbestellen und ist ab 8. November erhältlich. Was sagt ihr zum neuen Mac Mini? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf ihn zu testen und es wird dann natürlich auch von mir Videos zum neuen Mac geben. Wenn ihr mich also noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos mehr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.